Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hätte sie eine ganze Batterie hängen müssen, ne? Ja, da war ich schon weggefallen, die immer liegen. Ich habe schon eine eigene Reine gefahren. Ich habe mich gefreut, dass du gekommen bist. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, damit die Sache wieder ernst geht. Brauchst du jetzt die Fahrtchen? Nein. Nein. Letzte Fahrt an seinem 87. Geburtstag. Letzte Trainingsfahrt an seinem... Ich werde korrigiert. Letzte Trainingsfahrt. Letzte Trainingsfahrt. Letzte Trainingsfahrt. Letzte Trainingsfahrt. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020